Hallo FC Bayern München Fans. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Nachrichtenkanals über unseren geliebten Verein. Heute haben wir eine aufregende Neuigkeit. Florian Wirz, das junge Talent von Bayer Leverkusen, steht im Fokus des FC Bayern München. Lassen Sie uns in diese Geschichte eintauchen. Aber bevor wir das tun, abonnieren Sie unseren Kanal, geben Sie uns ein Like und aktivieren Sie die Benachrichtigungen, um kein Video des FC Bayern München zu verpassen. Florian Wirz ist eines der vielversprechendsten Talente im deutschen Fußball. Nach einer schweren Knieverletzung ist er stärker denn je zurückgekehrt und hat bereits drei Tore und drei Vorlagen in sieben Spielen für Bayer Leverkusen in dieser Saison gesammelt. Es ist nicht nur der FC Bayern, der ein Auge auf Wirz geworfen hat. Trainer Thomas Tuchel vom FC Bayern München hat Interesse am jungen Talent bekundet. Darüber hinaus stehen auch Real Madrid und der FC Barcelona auf der Liste der Vereine, die an seiner Verpflichtung interessiert sind. Die Verhandlung wird jedoch aus finanzieller Sicht nicht einfach sein, angesichts des langfristigen Vertrags von Wirz mit Leverkusen. Dennoch ist der FC Bayern entschlossen, dieses Talent in seinen Kader aufzunehmen. Was denken Sie, liebe Fans, über die mögliche Verpflichtung von Florian Wirz durch den FC Bayern München? Ist er die fehlende Komponente, um unser Team noch unbesiegbarer zu machen? Hinterlassen Sie Ihre Kommentare unten und vergessen Sie nicht, sich auf unserem Kanal zu abonnieren, um keine Neuigkeiten zu verpassen. Bis zum nächsten Mal!